halloa lieber youtube nutzer tja jetzt ist es wieder soweit die weihnachtszeit hat begonnen und das bedeutet normalerweise für die meisten leute freie tage und das eilen von irgendwelchen seltsamen vögeln die vorher brutal erledigt wurden und auch wenn es dieses jahr leider weder frost noch schnee gibt wünsche ich euch ein fröhliches weihnachtsfest und dass ihr keinen frosch im hals habt so wie ich und was weiß ich ihr habt doch bestimmt selber einen wunschzettel nach himmel fortgeschrieben also insofern ich wünsche euch dass eure wünsche in erfüllung gehen und diesen ganzen anderen scheiß auch viel spaß und lasst euch nicht von euren familien unterkriegen ich muss jetzt noch beschenke einpacken und meinen satt schwüren ich muss auch bald los zu meiner familie und sie reich beschenken muss dass sie mir froh besonnen sind und mich nächstes jahr nicht irgendwie auf jeden fall frohes fest